Ich muss sagen, dass der alte Mann mich enttäuscht hat. Freddy, vielen, vielen Dank für dein Team jetzt. Vielen, vielen Dank. Was machst du bei diesen Galgenvögeln? Wenn du Geborgenheit suchst, biete ich dir unter meinen Flügeln ein warmes Plätzchen. Du weißt genau, was ich will. Überlass mir den Dominus und ich lasse dich gehen. Du wagst es, mir Befehle zu erteilen. Du kleines, freches Lamm. Dein Geblöke werde ich nicht länger über mich ergehen lassen. Jetzt wird es Zeit für dich, zu schweigen. Sieh der Wahrheit ins Auge, Träger. Niemand hört dir zu. Du bist allein. Komisch. Du hast mir zurückgehört. Auf die Schlachtbank mit dir. Vorne. Du hast es. Du hast es. Oh, wir haben die anderen geschoben drauf. Okay, vielleicht schon. Oh nein. Das geht. Da waren deine Art wie ein Stärker. Geile Schwert will ich haben. Kehrt mir. Oh nein. Oh nein. Das geht. Hey, du bist bist. Oh Gott. Ich bin sicher. So, wir werden es dir hier schon sehen. Oh nein. Du bist wirst. Du bist wirst angeregt. Du bist wirst gewaltt. Oh nein. Was wirst du zu Hause in der Tat sein? Wunderbar. Hust du mich. Wunderbar. Ah! Du bist wunderschönen. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zeitfinder werden ich möchte die alten Teile schon spielen, da war ja Minish Cap das haben ja als kleines Kindes gespielt, das war auch mega cool aber auch Ocarina of Time, Majora's Master würde mich interessieren den möchtet schon das hast ja in Spielen oder in v.a. wie die Pest, v.a. wenn es dann die vier Nano sind da bin ich dann aber soweit dass ich sag am Leben der die Abbrecher du bist scheiße gut, dass der automatisch ausweicht mit unserem Arm Reif weil ganz am Anfang in der Demo schon im Prolog ist selbst passiert, da hätte ich schon fast keine Lust mehr gehabt ich hoffe, unseren Hundi geht's gut ich hoffe, unseren Hundi geht's gut wir haben keine Heiltrünke mehr ich werde dich zerquetschen ha 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 aus bin ich getroffen gut, aufs Maul wenn wir mal bis letztes noch holen jetzt gut ich bin Let's die. Yo, ich gebe mein Best. Wären wir doch den Nächster so einen Cheaten herwerden. Oh. Was hab ich gerade gesagt? Oh Mann. Oh, wir haben ja doch eigentlich noch einiges an Leben gehabt. Ach, nö. Das war der Sturm. Oh, dafür haben wir wieder Heiltränke. Das ist doch so mal was. Ja, es hätten immer voll weit. Aber naja, dann haben wir es eh schon wieder eine Fölfte hier unten. Oh oh. Ich glaube, ich darf da nicht drin sein, hm? Warum haben wir es jetzt diesmal überlebt? Das hat uns schon von so ein Fützelchen abgezogen. Das ist voll umbär. Und ich will zu meinem Hundi. 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 Abi, ich will zu meinem Hundi. Das gibt extra leckerlis, das ist so gut. Ich hab ganz ganz viele leckerlis. Ich finde es so gut, dass der Haube bald. Das wird man nur um Kontrolle durch. Ich kenne mich gar nicht aus, ich spame einfach bloß. Bleib da, du oller Chicken Wing. Du bist zwar hübsche, aber wenn du hübscher bist, so beschissen ist der Charakter. Ganz ehrlich. Ich steckte den Kunde echt voll. Ja, endlich. Leg den mal wieder hin. Das fehlt nicht mehr voll. Oh die. Ja. Das dröpfing euch. Und wir haben halt auch noch nicht genügend Punkte, dass wir uns die nächste Technik holen können. Der Wille des Feuers. Wie? Ich kann einen Träger? Ich, ich... Nein! Wieso lebst du noch? Warum bist du immer noch nicht tot? Warum? Ich sag dir warum, Benedikta. Er kämpft für etwas, an das er glauben kann. Sei still! Was willst du hier? Ja, du kommst immer, wenn's vorbei ist. So, das war's. Der Dominos, wo ist er? Wer? Was bist du? Das war's. Der Dominos, der Dominos! Der Dominos, der Dominos ist nicht verletzt. Oh-oh. Oh-oh. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Mann. Oh, ho, ho. Tja, was glaubst du wohl? Hat der Gott gemacht. Sie ist weg! Yo, ultrabräussamer! Was ist passiert? Gib sie her! Gib sie her! Gib sie her! Frau Frau! Wo ist sie? Wo ist Geruda? Was hast du mir angetan? Gib sie zurück! Fasst euch, Milady. Wir brauchen euch doch. Was ist hier los, verdammt? Ey, das ist wohl die Home. Ihre Kraft, du... Du hast sie ihr genommen. Aber wie? Ich hoffe, die Träger sind schon raus. Clive, der Laden bricht gleich zusammen. Und dann will ich nicht hier oben stehen. Wenn dein Dominos schuld am Feuer ist, und da wette ich drauf, ist er längst weg. Verdammt nochmal! Was war das? Mh... Morgen wahrscheinlich nicht, aber übermorgen wieder. So. So. Kommere auch einen selbst. Wenn wir wieder weitermachen. Ich will jetzt auch mal... So, nicht den zweiten Tag streamen. Nicht den Tag schaff ich's nicht mehr. Oh, Denise, ich sag grad vielen Dank für... Einmal Gewichte, einmal Schweinchen aufmunterung. Vielen lieben Dank. Jo, ich wünsch dir auch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschaui. Oh, sieh doch. Der Morgen bricht an. Gleich kommt die Frühschicht, die ohne ihren morgendlichen Haferschleim sicher nicht gut gelaunt ist. Komm. Wenn die uns hier beim Kehr erwischen, dann könnten sie voreilige Schlüsse ziehen. Gut.